Wo? Geht das hier in der Hirsch? Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu der sechsten Folge Ender Kids. Heute haben wir das Kids Suppenmeister, das ist das zweite Premium Kids. Und der Suppenmeister startet mit fünf Suppen und kommt durch das Pilzsuppen jeweils da immer regeneriert. Ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwas verstanden und wenn nicht, dann könnt ihr ja auch das schnell lesen. Und ich bin heute nicht alleine, denn wenn ich da gucke, dann steht da Bombstock. Ja, wer ist denn das? Hallo? Hallo. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Peter Hans. Hallo Peter Hans, ich bin Jürgen Pascal, hallo. Ich komme aus Hannover und ja, ich betreibe dort eine Schule für... Ich betreibe eine Viehzucht. Eine Viehzucht, okay. Und was tüchtest du hier für Viecher? Meine Eltern. Meine Eltern? Oder deine Eltern? Okay, Leute, Spaß beiseite. Das ist der Kosova, ein Real-Life-Freund von mir. Wir sind zusammen in die Schule gegangen und jetzt nehmen wir zusammen auf. Unser Leben ist den Berg hinunter gegangen. Okay. Ähm, ja, in 20 Sekunden geht's auch dann schon los. Der Typ ist Bogenschütze. Diesen Skin hatte ich mal zu Halloween, den der Typ da hat. Dieser Malmoser, Malmosma. Der Typ ist Bogenschütze, pass auf. Hab seinen Bogen gesehen. Na, echt? Ja. Seitdem die Seese diesen Skin vorgestellt hat, hat den Skin ja fast jeder. Ja. Bin ich ganz schön lustig. So, in 20 Sekunden geht's auch schon los. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt schon ein paar Runden versucht, aber mit dem Submeister, müssen wir ehrlich gesagt sagen, ist das nicht so leicht. Er hat ja auch selber das Submeister probiert. Und sollte die Facecam hier zu dunkel sein, dies, das, dann werde ich eindeutig die Facecam in dieser Folge rausnehmen, weil ich hab keinen Bock auf so ne Kacke hier. Ich hab einfach mal gar nichts. Gar nichts. Null. Ich hab 5 Eisen. Ja, die hast du mir weggesnackt, weil die hatte ich vorhin auch im Inventar. Wasser. Ähm. Wenn wir uns treffen könnten... Bist du das da vorne? Nee. Wenn wir uns treffen könnten, dann wäre das ziemlich, ich sag jetzt mal, nice. Wo bist du? Schwerst du nice, Alter, schwerst du nice. Also ich bin runtergesprungen, ich bin unten auf der Erde. Ich bin den Berg hinauf. Weißt du welchen Berg? Ja. Ich seh den, Alter, der ist ja viel zu groß, Alter. Kannst du nicht bei dem Berg runterspringen? Ähm. Ja, okay, warte, ich versuch zurückzukommen. Da ist nämlich auch Wasser hier unten. Da ist einer Enderdrache. Oh ne, der hat nen Hund gezähmt. Okay. Das wollte ich auch machen. Was ist das? Die Lia ist bei mir. Hilfe. Nein, ich muss mir ein Holzschwert machen. Und ich werde nicht überleben. Ich bin jetzt da beim Berg. Wo bist du? Weißt du was? Ich mach mit einfachem Holzschwert scheiß drauf. Und wenn ich die Lia töte, dann, ähm, beziehungsweise wenn ich das schaffe, dann hab ich ein Diamantschwert. Oh fuck. Ah, tschuldigung. Lol, was macht der denn? Was macht er? Lol. Lol, ich hab einfach grad jemanden getötet und hab jetzt nen Diaschwert. Lol, der ist einfach in ne Höhle gerannt. Lol, wieso? Kann man ja auch mal machen, oder? Ja, ist zumindest sehr cool. Jetzt komm ich da auch nicht mehr hoch. Weißt du was? Ich mach jetzt einfach, was ganz lustig ist. Und zwar das hier. Ich hab jetzt ziemlich... Ja. Ich hoffe, du bist nicht in die Lava gelaufen. Nein. Aber das war echt gemeint, Thomas. Ja, es tut mir leid. Aber, ähm, der ist hier unten in die Höhle gegangen und dachte mir so, ähm, ganz ehrlich, wenn er in die Höhle geht, dann muss ich sein, dann muss ich, dann muss ich das einfach jetzt ausnutzen, hier und ne Falle machen, weil, beziehungsweise ich hab hier keine gemacht. Ich hab mich einfach nur zur Lava gestellt, weil es dort so warm war. Ja. Ja, ja, ja. Ich schwör's. Hm. Ich, ich schwör. Gut, ich bin jetzt wieder draußen. Ich bin Känguru so nebenbei. Aua, scheiße. Kacke. Hä? Ich hab meinen Tracker irgendwie grad verschissen. Ähm, okay, du bist Känguru, das ist ziemlich cool. So Känguru ist ne coole Klasse. Suppenmeister ist cool für den Anfang, aber die Suppen gehen irgendwann mal alle. Ja. Dann hast du ihn jetzt, ne? Und wenn's dann auch noch im Biom ist, wo's keine Suppen zu essen gibt. Und ich hab jetzt auch gar nichts zu essen, lol. Entweder ich hab die Sachen jetzt an oder... Alter. 77 Blöcke. Ähm. Seht ihr, es backt hier auch teilweise echt ein bisschen. Der Server zumindest. Da vorne, 68 Blöcke entfernt, ist jemand. Ich hab grad ein bisschen Bammel, weil ich einfach nichts zu essen hab. Außer die Suppen und die möchte ich ja natürlich jetzt nicht. Die Suppen füllen keinen Hunger. Da vorne ist jemand und er sieht mich nicht. Jetzt können wir ihn richtig gut snacken. Boah. Also, ich bin unter dir. Da ist die Falle. Ich bin da geblieben. Aha. Alter, da muss ich ja mega aufpassen. Warte, ich bin ja nie wieder draußen. Okay, und ich hab ihn getwittert, das war... Ich komm jetzt, oder? Okay. Ich track dich, du bist da. Zum Enchanten hier. Und wen track ich? Boomstock. Okay. Nein, ich wurde geportet. Scheiße, Alter. Okay, ja, aber er ist unten jetzt bei der Lavafalle, oder? Nein, ist er nicht. Ich bin rausgekommen. Er ist beim Höhlenengang. Oh, danke lieber Gott. Ich hab jetzt was zu essen. Weil ich wurde auch geportet. Super. Also immer schön aufpassen hier. Ähm. Ich kann mir jetzt einen Eisenhelm machen. Zap. 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 Ähm. Die Sachen hier sind unnötig. Die brauche ich nicht. Eine Spitzeacke zum Notfall ist eigentlich immer gut. Ähm. Das Leder hier brauche ich auch nicht. Ähm. Okay, das wird eh alles ins Wasser geschmissen. Deswegen grab, grab. Und. Das ist kacke. Das ist echt gerade kacke hier. Ich habe keine einzige Rüstungsteile. Ich hätte Rüstung für dich, glaube ich. Ein bisschen. Aber das Problem ist, ich regge auch gar nicht mehr, weil ich einfach nichts zu essen habe. Nichts. Entweder ich bin gerade blind oder. Und die Suppenleute, die möchte ich einfach nicht verschwenden. Oh fuck nein. Nein. Du überlebst. Du überlebst. Du kommst schon. Nee, ich überlebe nicht. Ich wurde vergiftet und bin tot. Nein, doch nicht da. Doch. Schade. Mann. Aber du bist im Halbfinale. Viertelfinale. Nein, im Halbfinale sogar. Ja. Wenigstens. Hast du dein Diamantschwert fallen lassen, glaube ich? Nein. Ich habe einfach nur. Ja. Ich suche einfach nur nach Essen. Oh. Ich kann mein Diamantschwert verzaubern. Mal schauen. 3, 2, 1. Und. Geht schon los. Hä? Hä? So. Schärfe. Perfekt. Das sind richtig viele Kisten. Ja. Ich sehe es. Aber. Ich kann hier nur hoffen, dass was zu essen drin ist. Da vorne sind Schweine. Wo? Hinter dir, hinter dir. Junge, Junge. Alter, ich habe die Suppe mir jetzt noch eingesetzt. Aber ich habe es leider nicht geschafft. Wisst ihr was, Leute? Ich nehme die Runde jetzt einfach. Weil ich bin eigentlich ganz schön weit gekommen. Es war bis zum Halbfinale. Zwei Leute leben noch. Ähm. Der kam jetzt von hinten. Da konnte ich jetzt nicht viel machen. Außer ich hätte auf den Tracker gucken können. Ich gehe mal hier in die Lobby. Ähm. Ähm. Ja. Also ich muss ehrlich gesagt sagen. Das, ähm. Suppenmeister Kit ist auf jeden Fall ein sehr, sehr faires Kit. Es macht eigentlich auch Spaß mit dem zu spielen. Wie ihr gesehen habt. Haben wir deshalb jetzt noch ein bisschen länger überlebt. Ich hätte vielleicht noch ein paar mehr, ähm. Ähm. Suppen unten rein tun müssen. Dass das Ganze hier auch funktioniert. Und dann, ja. Und dann hätte das super funktioniert. Aber hat ja nicht so gut funktioniert. Weil ich die Sachen eben nicht unten hatte. Und, ähm. Wie gesagt. Mein Fazit zu dem Kit ist. Also ich, also ich finde es gut. Es ist fair. Aber es gibt eindeutig stärkere Kits. Ähm. Ich würde sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat. Und ihr mehr mit diesen Typen da wollt. Dann würde ich mich freuen über eine positive Bewertung. Über Daumen nach oben. Und über eine Bewertung. Und konstruktive Kritik in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann macht's gut. Ciao.